So, und hier sind wir wieder mit Let's Play Sudiki. Und wir müssen da hoch. Und hier sind überall Spinnenweben. Jetzt kam, glaube ich, ein Rätsel. Oder? Oh, und sie kann zaubern. Ah, ich erinnere mich. Da musste irgendwie so ein Rätsel mit Duftpulver machen. Und dass sich dann irgendwie so Farben hier wurden. Aber das war auch ziemlich einfach, genau. Genau. Da musste die Farben da hinten, wie die Fackeln sind, grün. Genau. Blau und Gelb ergibt doch grün, oder? Ja, nenn ich mich nicht irre. Alles solche Kindergärtenrätseln. Blau und Gelb. Logisch. Ich hatte als kleines Kind immer so ein Buch, da wurde das beschrieben, wie man das mitgemischt ist. Und da war so ein Regenbogen und so ein Zauberer. Muss mal gucken, ob ich das Buch noch finde. Aber die andere Tür machen wir natürlich auch noch. Aber ich glaube, dann schließt die sich, oder? Was gibt's denn da zu holen? Was gibt's da zu holen? Ah, hier gibt's erstmal alles. Ich glaube, Kampf. Ich hab's im Gefühl. Ja. Ich nicht gut. Ich bin nicht erinnert. Ich bin nicht erinnert. Spiderman. Ist das denn? Ja, es ist ja. Was haben wir da drin? Ein Adler-Tut. Müssen wir bei Gelegenheit nochmal beim Adlerschnein vorbeisehen. Und jetzt brauchen wir Lila. Lila war rot und blau. Genau. Brot und Gelb ergibt Orange, aber das brauchen wir jetzt gerade nicht. Erfahrungspunkte. Ich mag Erfahrungspunkte. Jetzt spielen wir, glaube ich, Elko und Buki. Genau. Haben die Punkte? Die wir verteilen können. Nein. Sie kann da hochklettern. Leg den Schalter um. Fünf Erfahrungenspunkte. Und dann mit dir. Oh, da hinten ist eine Truhe. Die Götter lieben uns, was? Dafür braucht man Kraft in den Armen. Aber die wiegt ja nichts, also. So klein und schmächtig, wie die ist. Die Götter lieben uns, was? Kugel der Macht. Kugel, Kugel. Okay, wer kriegt die Kugel der Macht? Wo ist sie hier? Elko. Der kriegt die. Elko hat auch eine richtig gute, ähm... Angriff. Trickstoß heißt der. Hat er den schon gelernt? Nö. Ist das eine Leiche? Oh, nicht schön. Verbleien wir die Luft ein wenig mal. Sehen wir ungefähr... Die Attack ist effektiv, das weiß ich. Weg mit euch. Elks zeig ich mir auch mal. Bisschen langsamer. Ja, da war auch gut gekommen. Okay, das war's schon. Da war's. Haben wir was vergessen? War da... War da... Waren da Sachen zum Einsammeln? Ich hab vergessen zu gucken. Ne, hier war nichts. Fertigkeitssaalbe. Fertigkeitssaalbe. Ist ja immer noch. Wird ja immer besser. Und jetzt zeig ich euch eine schöne Attacke. Mit Buki. Und dann mit Buki. Ich glaube eine... Und einen... Es geht. Na. Bei meinem Angriff schreien die Himmel vor Angst. Naja. Ja, ja. Die Attack ist doch cool. Jetzt noch mit dem Dach. Ja, da. Ich glaube, Tal ist ein klein wenig schneller, aber da fährt sie ein bisschen effektiver. Wenn mich das nicht täuscht. Oh. Der Mann ist nicht lang da. Habe ich jetzt eigentlich das Inventar, was ich bei Tal und, äh, Buki hatte? Ne, bei Tal und Eilish hatte er auch hier. Ja. Ja. Baller sie weg mit deiner Wiesenkomme. Oh. Ihr Schutzschild sieht übrigens so aus. Gut. Jetzt muss, glaube ich, Tal, äh, 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 Elko zeigen, dass er fliegen kann. Nämlich mit diesen Dingern hier. So, mit hier. Und ich sehe nichts, Wink. Anzeige. Fliegt da rüber, wie auch immer. Hier von da aus. Okay. Jetzt können wir da durch. Oder gibt's hier noch was zu holen? Nö, nix. Okay. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.